Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Heute geht es um das Thema, kenne deine Werte. Und zwar, vielleicht weißt du es, ich bin ja gelernter Biologielaborant. Das heißt, ich habe im Labor gearbeitet, habe sehr viele Blutbilder untersucht. Das war eigentlich so mein Hauptjob den ganzen Tag. Sind Blutbilder durchgelaufen, ich habe mir die Sachen angeschaut. Und ja, es war immer wieder so, dass man gewisse Werte gesehen hat, wo man gemerkt hat, oh wow wow, bei der Person läuft gerade einiges schief. Ich hoffe, dass das rechtzeitig was hilft, denn es ist ja manchmal so, dass man gewisse Werte erst rausfülle, wenn es einem richtig übel geht. Und deswegen bin ich eigentlich generell ein Fan in sehr, sehr unregel, ja nicht unregelmäßig, aber ich sage mal, eigentlich jedes halbe Jahr mal so sein Blut zu checken. Wir Männer gehen da sehr, sehr ungern zum Arzt, aber ich finde es eine sehr wichtige Komponente. Einerseits gesundheitstechnisch, andererseits auch, ja, wenn ich das meiste aus meinem Körper herausholen will, auf natürliche Weise natürlich, dann muss ich natürlich auch sehen, ob die Werte irgendwo stimmen. Und es kann natürlich irgendwo immer eine Mangelerscheinung sein und so mein gesamtes Konstruktus zerstören. Also ich habe das beim letzten Video schon gesagt, es gibt ja immer ganz viele unterschiedliche Ebenen. Ja, es gibt ja die psychologische Ebene. Also wenn ich im Kopf nicht ganz fit bin, ja, dann kann das meine Gesundheit sehr, sehr viel stärker beeinflussen. Und dann kommt drunter die Ebene Ernährung und dann kommt drunter die Ebene Vitamine und das Blutbild. Und dann geht es halt weiter runter. Ja, das kann man dann ewig zurechtspinnen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man auch auf der unteren Ebene, dass die sehr wichtig ist, denn du kannst theoretisch jeden Tag deine 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht an Eiweiß zu dir nehmen, aber am Schluss stellt sich heraus, dass der Körper diese Eiweiße gar nicht verstoffwechseln kann. Blöd, oder? Genau, und genau darüber will ich ein bisschen sprechen, dass es sehr wichtig ist, seine Werte zu kennen. Und ich mache es so, dass ich so ungefähr einmal im halben Jahr, einmal im Jahr meine Werte im Labor eingebe. Also ich lasse sie checken und schaue dann, ob alles passt. Und welche Werte ich da unbedingt empfehle zu checken, ist ein großes Blutbild zu machen. Das heißt, da wird die Erythrozyten gemacht, da werden die Leukozyten gemacht und, und, und. Also viele, 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 viele wichtige Dinge, die auf jeden Fall mit beachtet werden sollten, denn die haben alle eine sehr gute Aussage, wie viel rote Blutkörperchen du bildest und die Blutmenge, bla bla bla. Also viele, viele, viele wichtige Sachen. Und die würde ich auf jeden Fall immer machen, kostet auch gar nicht viel, so ein großes Blutbild. Ich habe die Preise, die ich im Kopf habe, aber damals vielleicht waren es 3, 4, 5, 6 Euro, wenn ich, wenn ich da nicht absolut falsch liege. Zusätzlich würde ich zum Blutbild, zum großen Blutbild noch die Zinkwerte messen. Ich habe beim letzten großen Test, habe ich festgestellt, dass meine Zinkwerte zu niedrig waren. Seitdem muss ich zusätzlich noch supplementieren, dass ich da meine Zinkwerte erhöhe. Nächster Punkt, die Eisenwerte anschauen. Die können auch, wenn die zu niedrig sind, großen Einfluss haben auf unser Wohlgefühl und, und, und. Also ganz, ganz wichtig. Das Nächste, was ich empfehle, vor allem jetzt in Wintermonaten und wird vollkommen unterschätzt, ist Vitamin D3. Das wird normalerweise über die Sonne generiert. Und wenn ich diese Vitamin D3 über die Sonne nicht bekomme, sinken die Werte von meinem Vitamin D3-Spiegel. Und das kann natürlich zu Lustlosigkeit führen, zu Antriebslosigkeit, zu Depression im schlimmsten Fall. Und die Deutschen haben dadurch, dass die Sonne natürlich weniger scheint als in südlichen Ländern, dann tendenziell einen höheren Vitamin D3-Mangel. Einige Studien gehen davon aus, so um die 90% könnte der Fall sein. Ich bin ein Fan, das Ganze nicht in der Theorie zu sehen, denn es gibt da sehr viele Inhalte darüber. Und die sagen, ja, hier so und so viel dosieren, auch mit sehr hohen Dosen. Einfach testen, ja. So ein Vitamin D3-Test kostet im Labor auch gar nicht allzu viel und kann dir ein wirklich krasses Bild über diesen Wert geben. Denn vor allem, wenn es frühs und abends schnell frühs langdunkel ist und abends schnelldunkel wird, kann es natürlich sehr stark aufs Gemüt schlagen und kann auch deine Leistungsbereitschaft und deine Motivation stark in den Keller hauen. Da kannst du für ein Motivationsvideo schauen, wie du willst, wenn der Vitamin D3-Spiegel niedrig ist, kann das sehr stark auf dein Gemüt führen. Also Vitamin D3 würde ich auf jeden Fall noch messen und den Testosteronwert, das messe ich schon seitdem ich damit angefangen habe, regelmäßig den Testosteronwert. Ich habe leider das Problem, und das schon seitdem ich das erste Mal gemessen habe, dass ich einen sehr, sehr niedrigen Testosteronwert habe, meistens unter dem Durchschnitt. Es gibt ja immer so Optimalwerte, so ein gewisses Fenster und dann gibt es die Werte darunter und darüber. Und ich bin beim Optimalwert, der unterste Wert, noch drunter. Aber trotzdem sieht man, dass der Testosteronwert natürlich jetzt nicht die einzige Komponente ist, um zu sehen, ob jemand Muskeln aufbaut. Denn wenn es so wäre, hätte ich natürlich bei diesem niedrigen Testosteronspiegel auch kaum Muskeln. Und ja, das Beispiel hinkt irgendwo, wenn einer sagt hier, das ist der einzige ausschlaggebende Punkt, dann muss ich ihn ja leider korrigieren, finde ich nicht so. Also nochmal zusammengefasst, ich würde regelmäßig meine Blutwerte messen, kostet nicht viel, vielleicht der ganze Test, vielleicht lassen wir es 20, 25, 30 Euro, ich kann es nicht genau sagen, einfach nochmal checken. Großes Blutbild, ganz wichtig, Thrombozyten ist alles dabei, dann Zink, dann Eisen, dann Testosteron und Vitamin D3. Diese Werte finde ich besonders wichtig und einfach Laborarzt eingeben. Häufig muss man auch nicht zum Allgemeinen Arzt gehen, der direkte Laborarzt hat die Werte häufig sogar schon schneller hingehen, Kohle geben und innerhalb von wenigen Tagen hast du deine Ergebnisse und weißt genau, ob alles passt oder ob es vielleicht einen Grund hat, warum du vielleicht gerade so schlecht gelaunt bist und etwas demotiviert bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen YouTube-Kanal. Unterhalb des Videos findest du meinen Muskelaufbau-Kurs. Dort zeige ich dir, wie du in 8 Wochen deutlich mehr Muskeln aufbaust. Mach's gut, dein Flavio Simonetti. Retter der Dünnen.